Hallo Leute, ich war gerade einkaufen und ich wollte euch nur mal kurz jetzt noch mitnehmen auf dem Weg nach Hause, also habt viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, sonst, ich wollte nur kurz hier auch wieder bänden im Vlog. Ich weiß, den ganzen Tag nichts wirklich besonders passiert. Wir haben Gäste bekommen und dann habe ich noch zwei Folgen jetzt Hexplay aufgenommen. Ich würde natürlich unendlich aufnehmen, wenn ich könnte, aber nee, nicht. Naja, sonst ist nichts passiert und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Vielleicht passiert morgen ein Gespannnis. Naja, mal gucken. Ciao.